Sportlich kämpft der FC Wacker Innsbruck am grünen Rasen um das Überleben in der österreichischen Bundesliga. Aber auch wirtschaftlich muss der Verein einmal mehr in die Verlängerung. Dem FC Wacker Innsbruck wurde, neben einem weiteren Bundesligisten, zwei Zweitligisten und zwei Regionalligisten, die Lizenz in erster Instanz verweigert. Am 15. Mai entscheidet die zweite Instanz über das mit neuen Unterlagen erweiterte Ansuchen des FC Wacker Innsbruck.